Hier sehen Sie die Gartenanlage vom Rio Helios Bay. Hier ganz vorne ist die Poolbar. Das ist schon ein Stückchen. Hier oben kann man dann Essen trinken. Es gibt auch eine schöne Bar, wo man sitzen kann. Und es ist traumhaft schön hier. Wir haben jetzt Anfang Mai und wir haben mindestens schon 15, 16 Grad. Und in der Nebensaison kann man das Hotel halt super günstig buchen. Und in der Nebensaison kann man das Hotel sein.